Jo Leute, was geht ab? Hier ist der Lenz, heute wieder mit einem kleinen Gameplay für euch und jetzt zeige ich euch, wie man auf Dairise die Musik anschalten kann. Also das Musik-Easter-Egg, somit die drei versteckten Teddys. Hier an der Wand könnt ihr übrigens die PDW sehen, auch das wurde gefragt, wo die ist. Die ist gleich unter, ja, ein Stockwerk unter dem Spawn, wo man anfängt. Und da ist auch der Teddy, liegt hier im Regal, man klickt ihn einfach an. Teddy Nummer 1, ein Stock unter dem Spawn, da sollte jeder leicht hinfinden. Teddy Bear 2 ist auch nicht schwer, der ist in dem MC Escher Raum, den man aus dem Trailer kennt. Da läuft man auch einfach rein, der Raum ist unverkennbar, da wird jeder von euch schon mal gewesen sein, der ein bisschen Dairise gespielt hat. Dann einfach hier die Säule hoch und dann sitzt der Kamerad hier im Eck, im Dunkeln, ein bisschen versteckt, aber auch eigentlich relativ leicht zu finden. Und der letzte Teddy ist dann ebenfalls ziemlich einfach zu finden, denn der ist in einem Raum, der ganz wichtig ist, nämlich im Stromraum. Man läuft hier rein, geht dann einmal nach rechts und dann liegt er hier bei der Nähmaschine. Wir klicken ihn an, das Musik-Easter geht los. Ich zeige euch die Musik nicht ganz, denn ich will euch den Spaß nicht verderben. Probiert es einfach selber aus und wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Euer Lenz, Wiederschau. Ich zeige euch die Musik nicht.